Apple iPad 3 oder den New iPad hier im Verkauf ab morgen früh um 8 Uhr und wie ihr sehen könnt, wir haben immer noch eine lange Schlange, wir haben vorhin Wasser bekommen sogar. Früher als erwartet, es ist nämlich 9 Uhr und alle sind schon hier verpackt und sitzen auch hier schon mal an ihren Plätzen rum. Es sind wieder so ziemlich viele aufgetaucht sozusagen, wir haben viele Winterjacken dabei, es soll plus 8, 6 Grad heute Abend werden und wir haben mittlerweile ungefähr 35 Personen von denen, manche stehen, manche sitzen und wir haben diesmal keine nervtötende Schustermusik. Das war letztes Mal ein bisschen störend und wir haben noch 11 Stunden vor uns, wir gehen gleich essen und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das Gerüst ist vorhin übrigens auch angekommen zum drinnen umbauen und wir bloggen auch noch ein bisschen, aber eine kleine Stärkung muss auch noch gleich sein. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast bei NLTV, das war hier Apple iPad 2 schon fast, nein, 3. Mit dem 2 mache ich gerade hier das Video in schrecklicher Qualität im Schlange anstehen in München. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Barschgarten.